Du weigerhalter Tag. Zum Schluss hat es sich ziemlich gezogen. Ich bin doch derfältig. Morgen. Haben wir auch noch mal eine ordentliche Tue von uns. Bin ich schon gespannt, wie es uns morgen gehen wird. Gute Nacht, Schatzl. Gute Nacht, Schatzl. Gute Nacht. Sag mal. Was ist denn? Was war das? Keine Ahnung. Da ist schwer. Hermann, hast du die Tür zugesperrt? Da. Was? Was? Gute Nacht. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Shhhhhh 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 Aaaaaaah!